Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr stellt euer Display auf volle Helligkeit und trotzdem wird das Display nach und nach immer dunkler? In diesem Video erkläre ich euch, was für Gründe das haben kann und wie ihr das verhindern könnt. Los geht's! Als erstes solltet ihr das iPhone einmal von außen checken. Wenn das iPhone sehr heiß ist, führt es dazu, dass das iPhone die Helligkeit des Displays reduziert, damit das iPhone nicht überhitzt. Das gleiche passiert auch mit dem Prozessor. Deshalb ist es oft so, dass wenn das iPhone sehr heiß ist, sich das iPhone aufhängt oder sogar gar nicht mehr bedienbar ist. Es gibt mehrere Gründe, wieso ein iPhone überhitzen kann. Zum Beispiel, weil mehrere Apps gleichzeitig im Hintergrund laufen, das iPhone in der Sonne liegt, es geladen wird oder zum Beispiel, weil der Hotspot eingeschaltet ist. Um zu verhindern, dass das iPhone noch heißer wird, schließt Apps, die im Hintergrund laufen und die ihr gerade nicht benötigt. Gerade bei älteren iPhones kann das helfen, weniger Akku zu verbrauchen und Überhitzen zu vermeiden. Am besten schaltet ihr das Gerät natürlich aus und lasst das für ein paar Minuten an irgendeinem kühleren Ort liegen. Was ihr auch machen solltet ist, ein paar Einstellungen zu überprüfen. Checkt zunächst, ob die Helligkeit vielleicht zu niedrig eingestellt ist. Das könnt ihr ganz einfach über das Control Center überprüfen, indem ihr von der oberen rechten Ecke nach unten wischt. Stellt außerdem sicher, dass die Einstellung Weißpunkt reduzieren ausgeschaltet ist. Diese Einstellung sorgt dafür, dass Farben wie weiß nicht so hell angezeigt werden. Um zu überprüfen, ob diese Einstellung aktiviert ist, geht in die Einstellungen, klickt auf Bedienungshilfen und dann auf Anzeige und Textgröße. Wenn ich jetzt hier Weißpunkt reduzieren aktiviert habe, wird das Display deutlich dunkler angezeigt. Direkt darunter findet ihr die Einstellung Autohelligkeit. Um zu verhindern, dass das iPhone die Helligkeit automatisch anpasst, deaktiviert diese Einstellung. Alle iPhone Modelle haben einen Lichtsensor und je nachdem wie hell es ist, passt sich das iPhone automatisch an die Helligkeit von außen an. Normalerweise ist diese Einstellung aktiviert, damit die Batterie und das Display geschont werden können. Aber wenn ihr natürlich wollt, dass das Display die volle Helligkeit hat, deaktiviert diese Einstellung. Außerdem solltet ihr den Zoom überprüfen. Zurück in den Bedienungshilfen findet ihr die Einstellung Zoom und dann Zoom Filter. Schaut, dass der Zoom Filter hier auf ohne eingestellt ist. Die nächste Einstellung ist True Tone. Wenn True Tone aktiviert ist, passt sich das Display automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an. Dadurch kann es sein, dass das Display ein wenig dunkler erscheint, gerade wenn ihr draußen seid oder in einem sehr hellen Raum. Zum Überprüfen geht zurück in die Einstellungen und klickt dann auf Anzeige und Helligkeit. Hier sollte True Tone deaktiviert sein. Die letzte Einstellung, die die Helligkeit beeinflusst ist Night Shift direkt unter der True Tone Einstellung. Klickt auf Night Shift und stellt hier sicher, dass beide Schalter grau sind. Night Shift sorgt dafür, dass die Farben eher gelblicher anstatt weiß dargestellt werden. Also in Wirklichkeit wird das Display nicht wirklich heller dadurch. Aber deaktiviert kann man alles dann noch besser erkennen. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen zum Video habt oder ihr euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao.